Hallo, was ist eine virtuelle Maschine für angehende Informatiker oder Laien auch? Wie kann man sich das vorstellen? Ein Computer im Computer? Das ist irgendwie schwierig. Also erstmal, vielleicht sollten wir klären, was ist eigentlich ein Betriebssystem? Erstmal, was ist ein Betriebssystem? Das ist das Verbindungsglied zwischen Software, die man schreibt, zum Beispiel eine Microsoft Word und der Hardware hier. Das ist unser Betriebssystem als Box. Wir haben die Hardware unten und oben haben wir, wir können ja hier mal so als Software, können wir hier Microsoft Word machen. Und Microsoft Word weiß überhaupt nicht, was eine CPU ist oder weiß auch gar nicht, was ein CD-Laufwerk ist. Microsoft Word kommuniziert immer mit dem Betriebssystem. Das Betriebssystem ist so eine Art Übersetzer. Und hier unten, hier haben wir die Hardware. Hier haben wir die Hardware, hier haben wir eine CPU, hier haben wir ein Mainboard, Motherboard, hier haben wir den RAM vielleicht noch. So, jetzt kann es aber sein, dass ihr noch ein zweites Betriebssystem haben wollt. Sagen wir, das ist Windows und ihr wollt vielleicht Linux benutzen. So, dann geht das aber nicht, weil das Betriebssystem Windows hier hat ja schon alles blockiert. Und wenn jetzt, zum Beispiel, ihr könnt auf eurem Betriebssystem auch noch Pac-Man meinetwegen drauf spielen und ihr könnt Pac-Man und Microsoft Word gleichzeitig laufen lassen. Bei den Betriebssystemen ist das nicht so einfach. Natürlich könnt ihr sagen, Moment, ich habe hier noch ein bisschen Platz auf meiner Festplatte und ich spiele hier noch irgendwie Linux drauf, so. Und dann geht das, das kann zweites Betriebssystem sein. Ihr könnt aber dann nur das hier oder das hier starten. Ihr müsst euch also entscheiden. Ihr könnt nicht beides gleichzeitig machen, wie jetzt hier mit Word und Pac-Man oder Excel meinetwegen. Was ihr also machen könnt dann ist aber, ihr könnt euch eine sogenannte virtuelle Maschine installieren. Ja, ist natürlich blöd, jetzt mit dem Wort, was man erklären will, das Wort zu erklären. Das ist einfach nur eine Software. Und was diese Software macht ist, Achtung, ich habe ja schon gesagt, das hier unten, wir machen es vielleicht einfach mal in anderen Farben, das hier, das ist eure Hardware. Das ist eure Hardware, da ist sowas wie CD-Laufwerk, hier guck mal, das ist CD-Laufwerk, da ist irgendwie so ein Kabel quasi zum CD-Laufwerk, Kabel zur Festplatte, Kabel zum RAM, Kabel zur Grafikkarte, gibt es ganz viele Kabel. Und was jetzt hier gemacht wird, das ist jetzt eine virtuelle Maschine. Und was diese hier macht, ist, die setzt quasi nochmal, die macht hier oben nochmal auch so eine Platte, so eine Hardware-Platte. Also das Gleiche, was sie hier unten hat, was sie hier unten gibt, macht sie quasi hier oben nochmal. Und dann kann man sagen, Achtung, jetzt haben wir ja wieder eine Hardware, und da können wir jetzt wieder ein Betriebssystem installieren. So, da können wir wieder ein Betriebssystem installieren. Das könnte dann, weiß nicht, sagen wir Linux sein. Hier könnte dann ein Betriebssystem drauf sein. Aber Moment mal, das Betriebssystem, das will ja jetzt auch mit der Hardware kommunizieren, aber die Hardware, die gibt es ja gar nicht. Was passiert also jetzt hier? Was hier passiert ist, im einfachsten Fall, sage ich jetzt mal, ist, dass das Betriebssystem hier will zum Beispiel auf das CD-Laufwerk zugreifen. Jetzt gibt es aber kein CD-Laufwerk, weil das ist ja alles nur, das ist ja gar nicht echt. Und was dann passiert ist, dieses Betriebssystem sagt, ja, gib mir mal, wo ist denn das CD-Laufwerk? Gibt es an die Hardware, was ist denn das CD-Laufwerk? Und die Hardware ist aber eigentlich nur diese virtuelle Maschine. Und was die macht ist, die gibt es dann an dieses Betriebssystem, an das echte Betriebssystem weiter und sagt, wo ist denn die Hardware? Und das Betriebssystem guckt danach, hier ist die Hardware und gibt dann die Hardware zurück. Und das ist quasi so geschlaucht. Und die Verbindung zwischen der echten Hardware und diesem Betriebssystem hier, das ist diese virtuelle Maschine. Ich vereinfache Sachen jetzt sehr stark, weil es hier ja einfach um die Idee des Ganzen erstmal geht. Und wir können das Ganze natürlich auch weiter treiben. Das ist ja alles hier virtuell, diese Hardware. Wir können auch in der virtuellen Maschine sagen, weißt du was, wir haben einfach viel mehr, wir haben einfach noch ein bisschen mehr Festplattenspeicher, können wir einfach noch ein zweites Betriebssystem, können wir einfach noch mal drauf spielen hier so. Und übrigens, was ich jetzt noch nicht direkt erwähnt habe, war, diese virtuelle Maschine ist ja genauso wie Pac-Man oder Word auch einfach nur ein Programm. Und das kann man genauso wie Pac-Man und Word einfach gleichzeitig laufen lassen. Das heißt, man kann auf, während dieses Betriebssystem hier läuft, lässt man das hier laufen, lässt man das hier laufen und kann auch theoretisch, sage ich mal theoretisch, kann auch beliebig viele andere noch laufen lassen hier. Das sind dann einfach virtuelle Hardwares, also so eine Art gelogene Hardware. Und wenn irgendjemand die echte Hardware benutzen will, wenn jetzt dieses Betriebssystem hier sagt, okay, ich will jetzt wirklich auf das CD-Laufwerk zugreifen, dann kann man sagen, okay, das geht dann hier drüber auf das CD-Laufwerk. Es kann aber auch sein, Achtung, es kann aber auch sein, dass dieses Programm, die virtuelle Maschine, dass sie sagt, nee, nee, weißt du was, weißt du was, ich gebe euch überhaupt keinen Zugriff auf die echte Hardware, wenn dann oben einer sagt, jetzt hier Hardware, wo ist denn das CD-Laufwerk? Ja, hier, das ist diese Software hier. Also dann tut die virtuelle Maschine quasi so, als ob da irgendwas wäre, aber da ist dann gar nichts. Aber für dieses Betriebssystem sieht es dann so aus, als ob da wirklich was wäre. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr blind wärt und irgendjemand fragt, wie viel Uhr ist es denn? Und dieser jemand hat Augen und guckt auf die Uhr und sagt euch eine falsche Uhrzeit. Und naja, ihr habt keine Augen, ihr vertraut diesem Menschen, dann wird das wohl stimmen. Und das ist genau das, was hier ist. Das Betriebssystem ist blind an der Stelle und die virtuelle Maschine sagt, ja, das ist schon hier, guck mal, da ist auch ein CD-Laufwerk, guck mal, das ist schon da. Und dann sagt das Betriebssystem, ach, cool, danke, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, ich hoffe, das hat die Sache ein bisschen klarer gemacht. Und vielleicht so als kleine Anekdote am Ende noch, was, wenn ihr jetzt zum Beispiel an Server wie AWS, AWS, also die Amazon-Server denkt oder andere Server-Anbieter, wo man einfach nur hier auf eine Webseite geht und dann sagt man, hier, ich möchte gerne einen neuen Linux-Server aufsetzen und dann ist so, boah, zwei Minuten später, ja, hier ist deine neue Linux-Server. Es ist natürlich ein bisschen affekt zu denken, dass ihr bestellt das hier, schickt es an euren, weiß nicht, an irgendeine Firma und dann läuft da irgendeiner los, so, der hat vielleicht mehrere Füße, läuft irgendeiner los mit einer Festplatte, spielt da dann über eine CD oder vielleicht über das Internet Linux drauf oder was auch immer und wenn er fertig ist, dann sagt er euch, ja, ich bin jetzt hier fertig. Das ist absolut affekt. Das ist also, was nicht passiert. Sondern was passiert ist, das ist genau das Ding mit dem virtuellen Ding. Wir können hier beliebig viele, beliebig viele dazusetzen und was dann passiert ist, dass, wenn ihr eine Bestellung hier macht, dann ist irgendwo hier bei, sagen wir mal, bei Amazon zum Beispiel, das hier ist ein fetter, Moment, wir machen mal eine Farbe, die wir noch nicht hatten, rot, das Ding hier ist ein richtig fetter Amazon, so ein richtig fetter Amazon-Server. Also das Ding ist riesengroß, hat riesige Power, vielleicht, vielleicht hat es auch wenig Power, muss gar nicht so viel Power haben. Jedenfalls, das ist ein großer Server und da sind dann ganz viele so, da ist eine virtuelle Maschine drauf installiert und dann sind da ganz viele so virtuelle Betriebssysteme drauf und wenn ihr eure Bestellung abgebt und sagt, ja, ich will jetzt ein Betriebssystem mit 100 Gigabyte Speicher, dann wird einfach hier eine neue, dann sagen die einfach, ach, guck mal hier, wir gaukeln dem jetzt eine neue Hardware vor und spielen dann hier das virtuelle Betriebssystem drauf, so, oder das Betriebssystem ist kein, virtuelles Betriebssystem ist ein echtes Betriebssystem, spielen das drauf und dann sagen wir dem Kunden, hier, guck mal hier, jetzt ist das hier. Also da läuft keiner los und wenn ihr dann sagt, ach, weiß das, ich wollte das eigentlich nur zwei Tage lang haben, dann sagt Amazon nach zwei Tagen, ach, okay, dann löschen wir das einfach wieder. Also da passiert nichts mehr, da läuft keiner irgendwo rum und steckt irgendwas irgendwo rein oder installiert was, sondern das ist wirklich, dann wird einfach hier so ein Ding aufgesetzt, ungefähr so wie eine Software, die installiert wird und dann ist das fertig. Aber gut, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das Bild der virtuellen Maschinen ist ein bisschen klarer geworden. Bei Fragen oder Anmerkungen in die Kommentare. Und dann rimieren wir uns étéprompt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.